ach weißt du was ich habe ich habe mitleid mit meinen range und als einziges und kommen die 1000 sind mir wert da muss ich nicht ständig den trading post hier neu aufbauen wenn ich den jetzt wieder belebe bin ich wieder unter 300.000 ihr wollt unbedingt den einen fleck da aufdenken ja okay jetzt ist mir auch egal es ist mir wirklich egal was mit beiden helden passiert ich habe jetzt ungefähr wieder 10.000 für wiederbelebung rausgehauen die ich gar nicht raushauen ich kann leider ich kann leider keine halte ich von diesem ort fernflagge hier aufstellen noch ein grafjahrt ich kann jetzt hier nicht ein grafjahrt irgendwo jetzt schön könnte ich hier ein grafjahrt irgendwo bist du nun glücklich dass du da aufgedeckt hast so jetzt habt ihr noch die ecke da oben noch ein bisschen zum aufdecken und dann seid ihr fertig dann könnt ihr in fremde länder ziehen ja die zurück zu beordern das macht mir nicht so viel aus oh oh ja Wir kommen langsam an den Betrag. Du bist mir egal. Ganz ehrlich, du bist mir egal. Eigentlich bist du mir nicht egal, aber trotzdem. Und Banfford, komm nach Papua! Energien der Lichter! Die Unkolle sind nahe. Energien der Lichter! In den Namen des Sovereignes! Ein schwarzer Wind schlägt mir. Ich serve mich mit Freude. Ja, Geld. Wir sind schon bei 40.000. Du hast ja wieder was eingesackt. Die Energien der Lichter! Äh, Borgsor-Ding. Das hätte ich bitte gerne eingerissen. Ah, nein, 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 nein. Das schreibt ihr euch gleich mal ab. Und du auch. Gut. Viel fehlt ja nicht mehr. Da kommt der nächste Phantomangriff. Aber wir haben bald das Geld. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit darauf achten, wie viel die Pferde bringen, die hier oben losziehen. Aber bis jetzt, äh... Merke ich davon nicht viel. Der Windlord schlägt mich. Der Windlord schlägt dich. Der Windlord schlägt dich. Du bist tot. Ich bin fertig. Ich bin fertig! Oh, deineierin. Und du ranzöser! Oh, die erschaffen es mal, in meine Tower einzureißen, wahrscheinlich, ja. Den bauen wir mal wieder auf. Und wir benehmen den wieder. Hm. Und er geht heim. Seid zu Hause, ist hier. So. Ah, da ist ne Karawade von da oben jetzt mal unterwegs. Sehr gut. Und ich glaube, den... ...booste ich mal. Ich kann den nicht boosten. Hm. Ich kann nix mit dem machen, okay. Höchstens in Haien. So, ich mach mal die Embassy wieder auf. Wo sind jetzt eigentlich meine Ranger? Traveling. Mhm. Mhm. Jo. Destroy the Black Phantoms. Das hatte ich eigentlich nicht im Sinn, aber er kann's ja besiegen. Er ist ja nicht so schwach eigentlich auf der Brust. Wo haben wir jetzt, wo ich Geld ausgeben kann? Ah, der ist von seinem... ...seine Erkundungstour zurück. Und der wird's hingeworden dadurch. Und der hat auch keine Dragna zu sich zu porten. Und der hat auch keine Dragna zu sich zu porten. So, das erste Phantoms scheint schon tot zu sein. The unholy are near. Energies of light! Das war's. Das war's. Super. Dismissen kann ich sie leider nicht. Jetzt fährst du nur Blut. Kann ich dich ein bisschen pusten? Ja, ich könnte dich ein bisschen pusten. Das macht dir sogar ein bisschen Schaden. Ja, Fatome ist es halt. Okay, wir haben eine Stunde gebraucht. Also etwas mehr als eine Stunde. Wir haben recintiviert dieses Polschwein of Light und haben die Phantoms für immer mehr. Hat 72 Tage gedauert. Wir haben 72 Gebäude dazu auch noch gebaut und 61 Helden rekrutiert. Ja, Danger Level 145, wow. Schön. Wir haben 254.000 Gold gemacht. Hatten am Schluss nicht mehr viel übrig, weil wir für den Magier viel ausgegeben haben. Aber ja. War ganz nett. So, dann gucken wir mal, ist die Mission gefleckt? Ja, sie ist sogar gefleckt. Obwohl es eine Pseudomission, also eine Zusatzmission war. Bei den beiden hier, die Downloadable Quests, die werden ja nicht gefleckt. Hier steht aber die Victories. 15 Tage für die Demo-Mission hier. Und 89 für die Quorm-Mission, ja. Gut, jetzt bleibt nur noch Legendary Heroes übrig. Und ehrlich gesagt, ich will noch am überlegen, was ich mit der Mission mache. Wie gesagt, im Augenblick habe ich nicht so viel Motivation, sie nochmal richtig zu probieren. Ich werde wahrscheinlich doch mal cheaten müssen. Ich bin aber mit der Überlegung, ob ich nur die Karte aufdecke. Damit ich sehe, wo die Burrows sind und alles andere wie gewohnt mache. Oder ob ich mir auch Gold ran cheate, um mich schnell aufzubauen, dass wir das schnell hinter uns haben. Das war, da bin ich mir aber noch nicht sicher, weil... Ehrlich gesagt, ich will gucken, so viel wie möglich ohne Cheats zu schaffen. Eigentlich wollte ich das ganze Spiel ohne Cheats schaffen, auch wenn es ziemlich anspruchsvoll ist. Aber die Mission, die nervt mich einfach mittlerweile. Ihr wisst, ihr seht ja selber, wie lange wir schon dranhängen an der Mission. Deswegen... Gucke ich jetzt mal, wie ich es mache. Ja. Zum Mainmenü zurück. Dann mache ich jetzt hier mal einen Cut. Das heißt, es wird ein, zwei Tage jetzt geben, wo keine Folge kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.